Die Firma hat zwischen 1910 und 1923 und 2032 gebraucht, viele erfreuen, kleine aber manche erfreuen auch, die größte Leute unterordnen, also gebraucht, aber es gibt Instrumente, die in der Saal sind fünfmal größer, alles gut. Da kann man auch noch einen Flügel, den man mit der Kino-Orgel, aber wenn man mal ein paar Kino-Effekte hat, so kann man den Kino-Orgel sehen, in der Kino-Orgel wollte man dann eben die ganzen Orchester ersetzen und auch den Schlagzeuger, der dann für solche Effekte im Stundfilm zuständig war. Die Kino-Orgel Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020